Modul 2 Storytelling Jetzt habe ich alle meine Lernziele notiert und habe eine Vorstellung davon, mit welchen SchülerInnen ich unterwegs bin. Ja, ich auch. Aber ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich eine kognitive Aktivierung erreiche. Ja, das stimmt. Für die SchülerInnen ist ein roter Faden wichtig während der Exkursion. Klasse wäre auch, wenn die SchülerInnen stets zum aktiven Mitdenken animiert werden. Oder sich sogar ein Abenteuer, ein Spiel oder eine Mission dahinter verbirgt, das alleine oder gemeinsam gelöst werden muss. Exkursionen lassen sich durch Elemente des Game-Based Learning anreichern. Game-Based Learning oder spielbasiertes Lernen ist eine Lehr-Lern-Methode, die Spiele in den Lernprozess integriert, um komplexe Themen ansprechend und effektiv zu vermitteln. Doch was genau macht Game-Based Learning so effektiv? Spielen gehört zur Natur des Menschen. Sie fesseln uns, fordern uns heraus und belohnen uns. Spiele können komplexe Konzepte erlebnisorientiert vermitteln. Sie bereiten idealerweise Vergnügen und fördern gleichzeitig das Lernen und das Verstehen der Inhalte, um die sie sich drehen. Stellen Sie sich vor, Sie lernen Biologie nicht nur aus einem Buch, sondern durch ein interaktives Spiel. Anstatt nur über Ökosysteme zu lesen, können Sie aktiv in die Rolle einer Ökologin schlüpfen und ein virtuelles Ökosystem verwalten. Das macht das Lernen nicht nur interessanter, sondern auch effektiver, weil es die Lernenden emotional einbindet. Im Game-Based Learning kommen verschiedene Elemente zum Einsatz, die allesamt das Lernen unterstützen und fördern sollen. Herausforderungen und Missionen beispielsweise testen ihre Fähigkeiten und fordern sie immer wieder aufs Neue heraus. Ranglisten und Wettbewerbe lassen die eigenen Leistungen mit anderen vergleichbar werden und schaffen so einen gewissen Wettbewerbscharakter. Und wenn man sofortiges Feedback und Belohnungen bekommt, kann das die Motivation und das Engagement aufrecht halten. Ein weiteres Element des Game-Based Learning ist das Erzählen von Geschichten, das Storytelling. Stellen Sie sich vor, Sie lernen nicht nur aus klassischen Texten, sondern tauchen in eine spannende Erzählung ein. Sie werden zum Helden einer Geschichte, die Ihnen komplexe Zusammenhänge spielerisch und einprägsam vermittelt. Das kann Storytelling im Kontext von Bildung sein. Die Zuhörenden werden meist aktiv oder emotional in die Geschichte mit eingebunden und können sich so die Inhalte besser merken. Das sind alles Elemente des Game-Based Learning, die förderlich für die Lernmotivation sein können. SpielerInnen üben sich darin, Problemstellungen zu identifizieren, zu bearbeiten und spielerisch zu lösen. Doch Vorsicht! Schlecht umgesetzt können Game-Based Learning und spielorientierte Ansätze zu einer Überforderung bis hin zu einer Zerstörung der Motivation führen. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn das Erreichen eines Spielziels unmöglich erscheint. Das jeweilige Element muss also auf die Lerngruppe zugeschnitten sein und gut ausbalanciert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Kommen wir zurück zum Storytelling. Der Theorie nach können Inhalte damit besser vermittelt und Aufmerksamkeit geweckt werden. Die Technik, die dahinter steckt, basiert auf drei Aspekten. Was wird erzählt? Wie wird dies erzählt? Und warum wird dies erzählt? Der erste Aspekt, was wird erzählt, bezieht sich auf die Handlung der Geschichte. Es geht darum, welche Ereignisse und Informationen in der Geschichte vorkommen. Der zweite Aspekt, wie wird es erzählt, bezieht sich auf die Darstellung. Hier geht es darum, wie die Geschichte erzählt wird, also der Stil, die Struktur und die Mittel, die genutzt werden, um die Geschichte lebendig und interessant zu machen. Der dritte Aspekt, warum wird es erzählt, bezieht sich auf die Wirkung. Hier geht es darum, welches Ziel die Geschichte hat und welche Botschaft oder welches Wissen sie vermitteln soll. In den Köpfen der SchülerInnen soll durch die Geschichte ein Bild entstehen. Ein klares Verständnis des Wissens, an das sie sich schnell und einfach erinnern können. Dieses Bild soll dazu führen, dass sie das Wissen besser behalten. So wird mithilfe einer Geschichte Wissen vermittelt, dass man nicht so schnell vergisst. Bei einer Exkursion können SchülerInnen sehen und erleben, was sie gelernt haben. Durch Storytelling wird diese Verbindung noch stärker betont. Geschichten zeigen, wie die Theorie in der Praxis eingebettet wird. Eine Geschichte über Ritter und Prinzessinnen macht das Lernen über das Leben in einer mittelalterlichen Burg gleich viel anschaulicher. Und wenn man sich vorstellt, dass man selbst dieser Ritter oder diese Prinzessin ist, ist das ein noch nachhaltigeres Erlebnis. Das Geschichtenerzählen kann auch mit digitalen Technologien verbunden werden. Stellen Sie sich vor, die Geschichte wird während der Exkursion auf einem Smartphone oder Tablet erlebt. Das bietet den zusätzlichen Vorteil, dass beispielsweise Bilder und Videos integriert werden können. So wird die Geschichte noch lebendiger und anschaulicher. Und zur Sicherheit können Sie einige Ladekabel und Powerbanks mitnehmen, falls die Akkuleistung mancher Geräte sinkt. Die Geschichten können auch individuell angepasst, also adaptiert werden, um den unterschiedlichen Lernbedürfnissen und Interessen der SchülerInnen gerecht zu werden. Das Storytelling klingt total spannend. Ich glaube, dass es das für SchülerInnen einfacher macht, den Wald zu erkunden und so können wir sie direkt zu den Orten schicken, wo wir den Input geben. Außerdem lassen sich so an den richtigen Stellen Schwerpunkte setzen, die die SchülerInnen, wenn eine Exkursion digitalisiert abläuft, individuell auf ihre eigene Geschwindigkeit angepasst bearbeiten können. Ich frage mich aber, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Ich finde es schwierig, mir da eine gesamte Geschichte auszudenken und da sehr viel Zeit reinzustecken, wenn ich das auch einfach ohne machen kann. Auch dabei kann ich ja selber Schwerpunkte setzen. Ja, aber das Gute ist, wenn du einmal die Grundidee einer Story hast, könntest du die Charaktere ja über das ganze Schuljahr lang immer wieder kurz benutzen. Ein Beispiel hierfür ist von Junior-Professorin Dr. Julia Trinkert. Und außerdem kannst du das im nächsten Schuljahr direkt nochmal verwenden. Dann hast du einmal zwar den Aufwand, aber gleichzeitig einen guten Mehrwert. Und außerdem hilft uns die KI dabei, Geschichten zu generieren. Hierzu muss man nur die korrekten Prompts lernen. Erstelle eine interaktive Story für eine ökologische Exkursion für SchülerInnen der Mittelstufe. Nutze digitale Tools wie Twine, um die Story spannend und lehrreich zu gestalten. Integriere Aufgaben und Entscheidungen, die es den SchülerInnen ermöglichen, Wissen über Biodiversität, Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu erwerben und anzuwenden. Die Verwendung von Storytelling ist nicht einfach nur eine Spielerei, um den SchülerInnen eine Freude zu machen, sondern eine effektive Methode, um das Lernen zu vertiefen, das Verständnis zu verbessern und die Motivation zu steigern. Sehen Sie sich zum Weiterlesen folgende Quellen an, die das Ganze nochmal ausführlicher behandeln. Einen Teil davon werden wir allerdings erst im nächsten Video besprechen. Okay, ihr habt recht. Ich habe mir auch mal die ganzen Quellen notiert, um das selber noch einmal genauer anzuschauen. Sie können sich die entsprechenden Literaturnachweise unter diesem Video ansehen. Ihr habt mich überzeugt, ich probiere es einmal aus. Trotzdem fühle ich mich ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Storytelling-Situation. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Jetzt sind Sie dran. Haben Sie bereits eine Idee für die Gestaltung einer guten Storyline, Charaktere, Handlungsstränge und oder Konflikte? Teilen Sie diese gerne im Forum und notieren Sie auch, wenn Sie noch Fragen haben. Vielleicht kann Ihnen die Community auch bei der Entwicklung von Ideen oder Figuren weiterhelfen. Im nächsten Video erhalten Sie konkrete Hinweise, wie Sie eine Story sinnvoll aufbauen.